Die große Debatte in Deutschland. 2G oder 3G? Doch worum geht es dabei überhaupt? Damit Sie mitreden können, hier die wichtigsten Fakten. Zunächst bitte 2G nicht verwechseln mit R2G. Das steht für Rot-Rot-Grün, obwohl man denken könnte, R2G stünde für Rot-Grün-Grün. Weil die 2 ja vor dem G steht und nicht vor dem R und die Grünen noch immer vor den Roten liegen und es bislang keine grüne Sockenkampagne gibt. Warum es nicht 2RG heißt, weiß niemand, auch nicht im Rückgebäude zweiter Stock. 2G steht übrigens für Genesen und Getestet, nicht etwa für Zwei Genesene. Erst recht nicht für Zwei Genossen, auch wenn das viele bei der Linken gerne glauben würden. 3G steht entsprechend nicht für Drei Genesenen, schon gar nicht mit einem Kontrabass. Der Vorteil von 2G, also geimpft und genesen, gegenüber 3G, geimpft, genesen, getestet ist, dass man etwa in Bars und Clubs mit 2G keinen Abstand mehr halten muss zu anderen Gästen. Man kann sich also wieder so nahe kommen, dass man beim letzten Reden angespuckt werden und den Achselschweiß des anderen riechen kann. Was daran vorteilhaft sein soll, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und was ist die richtige Lösung? Natürlich ist 2G eine Zweiklassengesellschaft. Ein harter Einschnitt, ja. Aber wer sich nur darauf verlässt, dass all diejenigen, die sich impfen lassen, die Pandemie schon wegimpfen werden, muss eben auch lernen, dass es so einfach nicht ist. 2G, 3G, G7, G8, G9. Und hier müssen wir wirklich aufpassen. Denn das Schlimmste wäre ein G7-Gipfel, auf dem G10 beschlossen würde. Das kommt danach G8 und G9. Noch ein zusätzliches Schuljahr, in dem man ausschließlich die Corona-Regeln lernt und wann und wo sie gelten. Gott bewahre. Schröders Dienstag. Auch als Podcast auf hr1.de. hr1. Genau meins. Gott Larrys. Gott vom, d 1, 2, 3 3 5 1 Vielen Dank.